Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf JelosTV, eine weitere Folge in unserem Let's Play Crab Together Format, obwohl das Spiel eigentlich gar nicht dafür taugt, denn eigentlich ist das viel zu lustig. Mit dabei wieder unser Floschbär, hör auf damit! Moin moin! Ich weiß gar nicht wie man diese Art von Spielen nennt, auf jeden Fall geht es darum, dass wir beide einen Mage haben und dieser Mage kann mittels der Tastenkombinationen, die ihr unten eingeblendet seht, Q, W, E, R und so weiter, Zauber aktivieren. Also zum Beispiel hier den Todesstrahl. Das Lustige ist aber, dass unsere Zauberstrahlen auch zusammenarbeiten können. Wir müssen allerdings aufpassen, weil wir können uns nämlich auch gegenseitig umbringen. Ich bin mal gespannt, was das hier so für eine Aktion wird. Ich mach mal erstmal ein Schild, so lange bei der Flosche hier. Feuer! Und... Damage! Ey, hör auf damit! Kein Gegner! Ja, ja, Entschuldigung! Ich kenne hier schon die ganzen guten Bürger, ey! Ach, guck mal, das prallt von deinem Schild ab! Witzig! Was, der Heal oder was? Ja! Das ist natürlich nicht so schön, wir müssen die Bürger auf jeden Fall hier hoch fallen. Komm, gute Frau! Hat er sich eine Steinrüstung gemacht, die will ich auch bauen, die Skye. Also man muss halt diese Zauber irgendwie kombinieren, damit dann die Gegner bekämpfen, aufpassen, dass man sich dabei nicht selbst in die Luft jagt. Und wir wissen... Das ist auch geil. Ja... Ja... Äh... Ich hab nichts gemacht. Sprache ist so cool, ey! Brandervrate! Vielleicht weiß ja einer von den Zuschauern, was das für eine... für eine Sprache ist. Wenn es denn eine Sprache ist. Hört sich nach... Theokrallisch an. Ich mache jetzt erstmal hier einen Stromschlag. Stromschlag kommt. Boah, weg hier! Barriere! Aber was wollte ich denn noch? Eee, zack! Todesstrahl! Weg da Floschi! Läuft bei mir! Ah, warte. Tanzen auf dem Tisch, was soll das? Wunderbar! Jetzt hast du dir auch noch geändert. Äh, falscher Zauber. Pow! Oh, was war das? Oh, 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 ich muss mich hoch halten. Warte mal, S und D? Ah, okay. Ich finde, wie diesen... Erdfeuerball... Du hast aber ganz schön viel habt, ey. Was müssen wir denn machen? Ach, Sturm machen. Narrenstab. Immer gerne! Danke, den Narrenstab. Wollte ich schon immer mal haben. Da poppt ihr uns einzufrieden. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Floschi ist eingefroren. Ey. Weg dich. Ah, Hilfe! Alles wird abgebrannt. Richtig cool ist, auch wenn man den Lebens- und den Todesstrahl, also W und S kommt. Das macht der Floschi nicht jetzt gleich mal. Ich mache den Lebensstrahl. Tanz, Tanz, kleines Schweinchen. Nee, bitte. Könnte auch ein bisschen hollerisch sein. Nee, schnell. Das ist ja gemein, ey. Ich mache den Lebensstrahl. Go, go, go! Entschuldigung. So, was war jetzt nochmal? Ciao! Ciao! War das auch eine starke Ability, ey. Oh, ja. So, dann wollen wir hier mal kurz ein bisschen Platz machen. Pow! Let's go! Let's go, Bro! So, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nein, ich war auch, Mann. Ich hatte gerade hier... Ich bin eine Katze. Und ich glaube, das war schon das erste Kapitel. Also, das Spiel ist sehr kurzweilig. Das muss man also ganz klar dazu sagen. Es kostet aber auch aktuell nur... Ich glaube, wir haben drei Euro dafür bezahlt. Also, absolut genauso. Ich glaube, das ist aber nicht das Kapitel. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Zwischen-Cutscene. Weil, wenn ich das nicht gesehen habe, dann ist die Kapitel 2 an irgendeinem... Wir machen Todesstrahl, 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 Todesstrahl. Ja. Todesstrahl! Oh! Noch mal, noch mal, komm. Nein, den verbrenne ich. Stirb, du Schlampe! Ah! Tschüss! Das wollte ich gar nicht. Todesstrahl! Oh! Ich muss mich heilen. Ah, nice, 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 nice. Läuft. Den tötte ich. Das war eine lustige Sache dabei, ey. Also, das Spiel ist definitiv was für Profil. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist trotzdem mega funny. Oh, wir haben uns selbst in die Luft gejagt. Sieg! Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich das erste Kapitel geschafft. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube ja. Ich glaube, das war jetzt... Ich glaube, es gibt neun. Also, wie gesagt, es ist ein sehr kurzweiliges Spiel, aber für drei Euro, mein Gott, äh, Grafik ist absolut in Ordnung, der Spielspaß ist gegeben. Ist wahrscheinlich cool, wenn man es mit vier Leuten spielt. Und nicht zu zweit. Zu zweit macht es natürlich auch Spaß. Alleine sollte man es nicht spielen, glaube ich. Das macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Die Style-Bucht, die wird erstmal eingefroren. Tschüss! Das finde ich auch richtig geil. Hör auf mich einzufrieren, ey. Ist doch. Oh, der am Mann da, der sitzt da. Ups. Oh! 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 Ich habe, ich habe was gepult. Sterbt alle! Easy! Wieso kann man das jetzt hier nicht mit... Hast du vielleicht mal Wasser drauf? Ne Ahnung. Da war der eingefroren und du hätt den Strahl umgelenkt. Ey! Äh, lol! Wie geil ist das denn, ey? Warte mal. Wasser... Was das Schild ist auch geil. das war wohl nicht so schluss tust du ich habe auch gar nichts kann ich bin eingefroren ich habe ja genau ja geben wir auf dem weg mal das muss man einfrieren das muss man einfrieren ja war doch nicht mich jetzt hast du mich eingefroren todesstrahl lebensstrahl ich bin da so reingeschlittert kann man die auf meter ich habe doch was geld geben hier geben todesstrahl lebensstrahl weg hier jetzt sterbt ihr schweine nochmal todesstrahl witzig die kombination auf jeden fall also wenn ihr jetzt zuschauer dabei sein sollten die das spiel tatsächlich kennen knallt ruhig gerne mal ein paar kombinationen aus todesstrahl todesstrahl zu spät ja nochmal todesstrahl was ist das denn jetzt hier floschi ich muss mich heilen ich bin genau du bist du musst mich heilen du musst mich retten ja noch mal die kombination 4 ohne strahl weg oder renn rein ich war eingeklemmt ich bin da nicht mehr weggekommen ja ja klar erst mal wieder eine gute rüstung ja das war es mit deiner rüstung juhu 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 oh yeah i believe i can fly i believe i can touch the sky boah ist das stumpf wir müssen weiter hier hier geht es lang läuft ah 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 oh oh bisschen rutschig hier wie hast du denn den speed gemacht asf leertaste oder bye 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 go 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 oh oh what the fuck äh ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe ich brauche Feuer oh ich Damage sterben ihr Schweine Feuer Heuer Lauer Feuer Nein ich brauche einen ratz up4 ja ja kommt sofort da bist du wieder ey was machst du da das ist eigentlich ein Heelstrahl aber ich kann dich grad nicht heilen irgendwie kriegst du dadurch damit ich habe mich selber geheilt du kannst mich letzten glaube ich die todesrüstung gab jetzt habe ich die todesrüstung keine ahnung wurde streit wurde streit und tschüss noch direkt noch ein ja und da kommt was brenne du oder komm an der todesstrahl nach oben wurde strahler runden ich will dann ja auch so leichter weg da von unten ja kommt jetzt erstmal ein stein in die fresse ich muss mich er läuft 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 wir haben die schlappen und strahler oben und strahler unten keine ahnung was da kommt aber es mir alles tot komm ich heile den gegner und du tötest ihn ja unten todesstrahl ja da lebt ihr noch ich hau dem stein am kopf da ist er weg muss mich ein andere heilen gibt übrigens deutlich mehr oder du kannst hier unten was mal was hast du gehört den mate heilen gibt deutlich mehr heil power als wenn man sich selber hält auch ja cool was ist das denn die greifen gegner an ich lösche erstmal das feuer ich habe hier gerade in die menü aufgerufen wo ich sehen konnte was für kombinationen es gibt und wie genau hast du das gemacht das ist die frage der frage ich glaube so kann man eine kombination machen ja das war falsch ah man kann auch hier mit mit mausrad aua das gehört ja mausrad und dann ah guck mal eistornado siehst du also doch r r d r r und dann stahlagneten weben tot 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 also drachen streich zum beispiel ist ja auch einfach nur eine kugel die du abfeuerst kurios v1 ist glaube ich noch tot oder oder die muss man erst lernen aber ich weiß es nicht keine gute frage gute frage nächste frage ist jetzt hier löschen wir das jetzt ja geht das hat es nicht ganz löschen ok warum muss hier glaube ich die axt einsammeln die axt kann ich noch eine kleine axt jetzt kommen wir auf jeden fall die idiot jetzt kommen die nächsten ringer todesstrahl kommt hä was ist das für eine scheiße die ich hier mache heilig heile wir sind schon wieder durch du sollst mich ein verdammter axt robben muss man die töten proben muss jetzt mal mit dem kopf alter was soll das denn länger und schlechter etwas soll das auch damit das war ich nicht ja deine mutter und da wird euer schuhe so wo ist der nächste gegner ich will ich helfe floschi danke ja ich hätte ich mal da so schön reinkicken sein was du machst du eigentlich einen vollen der stick der stick ich brauche hilfe todesstrahl kommt er hat mich er hat mich er frisst dich da renn weg ach toll ich hätte irgendwas drücken müssen du kannst aber auch selber hochkommen ich bin von eingefroren todesstrahl kommt so läuft doch hier bei uns ach du willst auch noch auf die fresse haben oder was wenn wir noch auf die fresse haben oder was war das denn was war das jetzt jetzt hast du mich mit deinen dingern getötet so diesen blauen fächer ne doch nicht ich dachte ich hab mich getötet so hier ist auch wieder was tolles tage seit der letzten ausspieße kann man das hier nicht löschen und das wurde ein sehr intensives feuer gebraucht ja 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 das ist aber aus die fünf mal eine schlechte schlechte das war jetzt unfair natürlich dass mich getötet todesstrahl kommen wir mal mit feuer wo seid ihr schon ich glaube ich will ins wasser gelaufen ich habe jetzt nicht drauf aufgängig muss du musst mich jetzt muss mich retten was schaffst du dich alleine was machst du da ja feuer kommt läuft eine eine ist doch blitz ich will sich immer zu tode ja das sieht man ja eine eine kannst du ja auch mit der tastenkombi blitz tod feuer aktivieren aber wenn ich drücke dann gebe ich mir immer direkt den schlag was war das denn ach hier leben und feuer da kommt der todesstrahl kommt scheiße der problem danke flosche ich war ich habe nichts gedrückt ich mache feuer ich brauche hier keine wucke todesstrahl kommt ja vom todesstrahl nach oben nach oben was mache ich denn hier rüstung ich wollte eigentlich sofort lauf weg lauf weg hier kommt ok feuer kommt ich habe mich selber geschockt nein falsche taste totesstrahl ach der heilt ja verdammt opposed hb b hole he ich habe gerade nur feuer gespuckt ich hatte den heilstrahl ja das radio kann man nicht kaputt machen okay weiter geht's schutzrüstung let's go dance 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 die musik war ganz schön laut musik auf jeden fall das ist schwierig ein kapitel durch feuer da unten wasser wasser das war doch kein wasser leben und wasser das ist jetzt tot das ist jetzt tot und wasser und feuer ich meine ich auch dass die ein die einzelnen elemente dass sie auch der gegenpart der menschen macht also der eisfreak hat auf jeden fall nicht auf die fresse gekriegt von dem feuer feuer er gut ist ja auch naheliegend feuer todesstrahl kommt todesstrahl kommt ich wollte sagen geht nicht ins wasser das ist tief das ist eine gute rüstung ja danke danke für nix was zum geier todesstrahl kommt ja ich hatte gerade noch eine andere kombi aktiviert weg da weg da weg da weg da weg da komm noch einer komm noch einer komm noch einer du hast angefangen ich wollte nur das eis hier machen junge wofür da ist eine brücke der entscheidungs runterfalle und ertrinke todesstrahl kommt das war hier bei dir weg da weg da geht er weg todesstrahl kommt weil ich hab da gerade irgendwas ganz dickes abgeschossen nein er hat mich ich muss mich ein wenn du steht bleibt es ist einfacher das stimmt was recht ich musste weg wirst du vorher stirbt läuft wartet stress wieder die brücke ein bisschen einfrieren macht der sinn ich möchte nicht sterben okay wir sind schon oft genug gestorben langsam wird es peinlich okay du bist peinlich was war das dann für ein schild geile sache ich muss ich brauche leben rüstung feuer leuchtet doch jetzt hier todesstrahl oben das war nix hier ist tief wir brauchen wir brauchen irgendwas ich muss nicht mehr was zum todesstrahl kommt todesstrahl todesstrahl weg hier noch ein noch ein ja Sekunde 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 nach unten und noch ein noch nicht direkt des nächsten ich halte dich todesstrahl todesstrahl noch ein kompakt todesstrahl ich muss hier weg Das war's fast. Todesstrahl! Mach doch nochmal. Läuft! Komm, Todesstrahl. Todesstrahl, Todesstrahl, Todesstrahl. Mein Gott! Ist das spannend? Ja, auch ein paar Helos hier am Werk. Oh Gott! So, weiter geht's, ne? Ah ne, was war das Quatsch? Gut gemacht, Fuschen. Oh, da kommen wieder Feuerexperten, äh, Eisexperten. Cool! Okay, chill mal! Ah, der brennt auf jeden Fall sehr gut. Die kann's einfach mit Flammenwerfer wegpumsen. So, wo ist der nächste Gegner? Ah, Kapitel durch. Juhu! Ja, dann sind wir nämlich auch genau an dieser Stelle schon wieder am Ende unseres Videos. Wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde Magica 2. Habe ich am Anfang nicht den Spieltitel genannt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht, Danny. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Schreibt uns Kommentare. Auch vor allen Dingen, wenn ihr uns andere Spiele in Richtung Let's Play Crab Together oder Let's Compete vorschlagen möchtet. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis dahin, tschö! Tschö! ... ... ...